Willkommen zurück zu, was ist das? Montecrappa. Ja, Montecrappa. Oh mein Gott, das ist eine Sniper-Map, das sehe ich doch jetzt schon. Also wenn das mal keine Sniper-Map ist mit Martini-Henrys Infanterie-Gewehr. Ebenfalls neu. Ebenfalls nice. Ohne Visier, kann das sein? Das Ding hat kein Visier drauf. Oh mein Gott, das wird interessant. Sporn einfach mal rein und wir gucken, was passiert. Tatsache, das Ding hat kein Visier. Stimmt, das war so eine Flinze aus dem 18. Jahrhundert. Ne, um 19. Jahrhundert. 19. Jahrhundert. 1895 oder so? Ich glaube, ich bin mir ganz sicher. Bin ja auch kein Geschichtsprofessor hier. Ah, das sieht doch mal nice aus. Krass. Wo ist Schloss Neuschwanstein? Let's go. Ich könnte mal auf uns warten. Ah, Request, alright. Ah, Sussaniria Borto. Greifen wir an? B. Oh mein Gott, das Ding macht halt ordentlich Schaden. Das war ich, ganz klar. Ich habe ihn so gedamaged, der konnte nur noch gegen den Stein fliegen. Martini-Henry. Ich war in meinem ersten Leben der Gebirgsjäger, von daher. Gucken wir mal, was hier passiert. Moment, ich lege das. Gar kein Problem. Und abgestürzt, siehst du? Mein Gott, diese Soundkulisse in den Alpen ist schon krass, ey. Oh, beinahe getroffen. Oh mein Gott. Treffer. Oh shit, bin fast down. Leute, die kommen auch von unten. Die kommen von unten. Ja, ich komme auch mal Medik machen. Äh, Medik holen. Hier liegt eine Kiste hinten. Achtung, Granaten, Leute. Oh mein Gott. Alles überall. Shit. Die Map gefällt mir jetzt schon. Ich glaube, die war mit zu C. Oh, da kommen die Flieger hinter uns. Oh. Krass, das ist der neue Bomber. Nice. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ich glaube, es war so ein italienisches. Au. Warte mal, ich habe ja noch den Bajonett-Charge. Let's go. Oh, da ist er. Also. Yeah. Oh, hinter uns. Ja, bravo. Jetzt kommen wir mit. Oh. What the fuck? What the fuck? What the fuck? So viele Leute. Allein die Steine da sind schon ein eigenes Schlachtfeld, ey. Ohne Scheiße, das Gewehr ist cool. Ich nehme es nochmal. Ich habe damit zwar nur einen Kill gemacht, aber... Kommt einer mit ins Moppet? Mein Gott. Ist nicht dein Ernst, oder? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich habe eine One-Shot-Waffe. OMG, let's go. Det, 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 det. Det, 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 det. Alles ist ja einfach. Ja, es ist das Gebirge, also von daher. Okay, let's go. Let's go. Immer schön drauf. Oh, Panzer. Hey. Achtung, ausweichen. Oh, Tank kommt. Okay. Ja, aber sah gut aus. Sah gut aus, ja. Alter, ist das ein... Sie haben hier nicht... Sie haben hier nicht ernsthaft ein fettes Geschütze am Start. Doch, das ist nicht. Das ist ja krass. Hol den Flieger, hol den Bomber runter. Ja, ich gehe mal in die Anti-Air. Wenn ich da hinkomme. Ich glaube, es ist außerhalb der Reichweite, das Teil. Yeah. Here we go. Defend. Moment, das ist Operations, ne? Ja, stimmt. Ja. Wuhu. Oh mein Gott, es könnte was geben. Treffer. Noch ein Anflug. Oh shit. Gute getroffen. Vom Baum. Oh, Dekker. 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 What? Oh, shit. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas schießt er mit irgendwelchen komischen Raketen. What the fuck? Ah! Ah! Nice! Ah! Ah! Oh my god. Oh. Okay. Ah! Quick scope! No scope! Ha 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 ha! Oh fuck with the last! Come on get it! Come on get it! Let's see if we have three frames! Oh my god! Oh! 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 Granaten! Ah! Ah! Von unten kommen sie auch Leute! Oh mein Gott! Sie überrennen uns! Oh mein Gott! Okay. Taktischer Rückzug. Anders steht hier und schießt mit dem Scheißteil aufs Luftschiff. Haha! Ball! Pichu! Mein Freund! Ah! Kautaskeler! Ah! Naja. Fuck! Okay. Ah! Er messert mich. Autoleine. Wir kommen. Wir kommen. Wir sind Hitlers Alpenfestung. Mehr oder weniger. Oh mein Gott. Halt, ich hab noch ein Leben! Oh, oh! Scheiße! Oh, scheiße! Ich muss ein paar Kämpfe loswerden. Nein, 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 oh, naja, ich muss gerade losfahren.